Man könnte das doch auch so lassen. Boah, ja, ich denke. Außer, ähm... Man macht hier... das so. Zwei, ein frei. Zwei, ein frei. Zwei. Nö, das passt hier auch nicht. Machen wir es wie vorher. Der hier raus und... der hier raus. Dann hätten wir das und natürlich noch einen nach oben. Denn ich möchte hier schon viel, viel Licht in meiner Werkstatt haben. So, das heißt eins, zwei. Das gleiche hier. Hier. Okay. Und dann mal gucken, was mein Glas macht. Beziehungsweise ich könnte doch hier schon mal, auch wenn hier hinten... Ich brauche auf alle Fälle noch eine Tür. So, wir gucken jetzt erstmal. Wir brauchen einen Generator. Wir brauchen eine Batterie, wie ich es gesagt habe. Einen Iron Furnace. Und die Batterie. Und dann werde ich jetzt mal kurz ein bisschen Refined Iron herstellen. So, 20 Glas. Beziehungsweise wir werden erstmal hier die Fenster fertig machen. Eines nach dem anderen. Eines nach dem anderen. Wir sind ja hier nicht auf der Arbeit und auch nicht auf der Flucht. Und... Wir machen das zum Vergnügen und es muss ja nicht alles sofort gleich jetzt und äh... Ja, dann ist ein... Mh-mh. 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 Ich überlege gerade. Aber ich möchte eigentlich keinen normalen Ofen mehr da drin haben. Äh... Ach, wisst ihr was? Ich baue mir da drin jetzt noch einen Ofen. Kohle. Und ich könnte ihn auch schnell hier bauen. Den ganz normalen Ofen kann ich ja hier wieder abreißen. Das soll nicht das Problem sein. Zweiter Ofen. Hier hin. Zack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann stellen wir uns mal das erste Refined Iron her. Was brauche ich eigentlich für die Battery? Äh... Re-. Äh... Da brauche ich die Leere. Zinn. Und ein Copper Cable. Copper Cable, Copper Cable. Das heißt, ich brauche Kupfer. Ja. Na? So viel dazu. Was ist das eigentlich? Re-Battery. Ah, das ist die gleiche. Okay. Also wir brauchen jetzt erstmal so ein bisschen was an dem Zeug hier. So. Ich gehe dabei schon mal wieder ein paar Fenster einbauen. So. Boah, und es leckt schon wieder gerade. Weiß nicht. Irgendwie ist das immer, wenn er hier quasi so ein paar Sachen neu aufbaut. So kommt es mir zumindest vor. Zack. Das reicht immer noch nicht. Ich brauche mal ein anderes Lied. Zack. Wir brauchen noch zwei, vier, fünf Fenster. Das kriegen wir doch noch hin, oder? Kriegen wir noch fünf Fenster hin. Vier. Fünf. Raus damit. Wir brauchen... Zinn. Äh. Eins, zwei, drei, vier. Genau. Das Refined Eisen brennt immer noch. Wir werden jetzt erstmal kurz unsere Fenster einbauen. Zack. Hier und hier. So, dann hätten wir das schon mal. Wir brauchen noch ein paar Stone-Dinger. Äh. Das hier ist immer noch Cobblestone. So, das ist fertig. Wir werden hier mal ein paar Cobblestones reinschmeißen. 13 müssten eigentlich reicher. Äh. Wie sieht das denn aus? Das Zinn ist fertig. Wir brauchen ein bisschen Kupfer. Hatten wir da nicht noch ein kleines Stack oder so? Genau hier. Denn ich möchte dann die ersten Sachen in den Extractor bzw. Meserator packen. Mal gucken, welcher für was da war. So, dann brauche ich Redstone. Halt, ich brauche erst noch ein Kabel für die Batterie. Und das heißt, ich brauche Gummi. Ähm. Ja. Ja. Ne? So viel dazu. Ich gucke mal, was mein Feld hier so macht. Ah. Das erste Flax-Dingsbums hier ist gewachsen. So sieht das im Prinzip aus, wenn es reif ist. Genau so. Ja. Ja. Und ist hier auch schon wieder was fertig. Äh. Ah. Wisst ihr was? Ich lasse das Ganze jetzt noch ein bisschen wachsen. Bis hier alles fertig ist. Das ist das Einfachste, ne? Würde ich jetzt mal so sagen. Das ist fast fertig. Äh. Ja. Was wir uns auf alle Fälle schon mal bauen können, ist eine Workbench für die Halle. So, jetzt möchte ich nur mal kurz gucken. Wo stelle ich denn hier die ersten Maschinen hin? Also ich würde auf alle Fälle sagen, die Workbench packe ich hier hin. Ja. Die stört hier nicht. Äh. Ich bräuchte auch noch eine Tür. Nur dafür habe ich nicht mehr genug Holz. Könnte mir eine Tür aus Dreck bauen. Aber ne, ne. Ne, ne. Muss nicht sein. Und Fackeln darf ich da drin auch noch anbringen. Das könnte ich eigentlich gleich mal machen. Denn ich habe jetzt keine Lust, dass da drin dann ein Monster steht, wenn ich dann quasi aufwache. So. Hier. 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 Und hier. Na komm schon. Einmal, äh, hier und hier. Und einmal hier und hier. So. Wir gehen mal kurz schlafen. Wie immer. Was sollen wir auch sonst hier machen? Außer die ganze Zeit pennen. Nein. Und ich brauche hier mal eine Stufe. Ganz dringend. So. Eine gute Nacht. Und einen guten Morgen. Wie sieht es denn hier drin aus? So. Der ist fertig. Als nächstes. Äh. Was hätte ich jetzt noch gebraucht? Äh. Gummi. Äh. 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 Das müsste für den Anfang reichen. Äh. Äh. Im Prinzip. Das ist ja der Kautschuk. Oder ich sag mal das Baumharz. Und das wird jetzt zu Rubber. Das ist Gummi. Ähm. Da hatten wir das Kupfer. Ähm. Ja. Genau. Genau. Warten. 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 dir was? Einmal, zweimal. So. Du hier und du hier. So, das reicht. Mehr gibt es nicht. Ich brauche auch noch ein bisschen was. Halt, Hühnchen. Auch Hühner geben was zu essen. Naja, zwei Hühnchen soll in Ordnung sein. So, jetzt geht es dann dran, unsere ersten Sachen zu craften. Das ist fertig. Hier hatten wir nichts mehr drin. Also, wir brauchen jetzt erstmal Kupferkabel. Eins, zwei, drei. Und wir brauchen isoliertes. Also das wäre jetzt schon Kupferkabel. Aber wir brauchen isoliertes, denn wenn man über unisoliertes Kabel geht, dann kriegt man hier einen Stromschlag. Und das wollen wir natürlich nicht. So. Ein Kabel, zwei Redstone und vier vierzehn. Eine Batterie. Dann, äh, nochmal kurz den Generator. Nicht den Geothermalen, den hier. So, Refined Eisen und Iron Furnace. Oder einen normalen Furnace und einen Maschinenblock. Da brauche ich acht Refined Eisen. Okay, machen wir es auf die Weise. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zack. Dann können wir den abbauen. Ne, Moment, nehmen wir den. Da ist, glaube ich, keine Kohle mehr drin gewesen. Äh, halt. Zack. Dann einmal die Batterie hier drüber. Und, äh, Furnace. Ein Generator. Unser erstes technisches Gerät. So, dann möchte ich gleich mal gucken, wegen einer Badbox. Ähm, dass uns hier der Strom nicht flöten geht. Ne, Badbox. Drei Batterien. Drei Stück. Ähm, ja, okay. Drei Batterien heißt, wir brauchen zwölf Zinn. Haben wir noch so viel? Ja, ich glaube schon. Äh, mal sortieren das Ganze hier. Zinn haben wir hier noch. Äh, da werden wir gleich mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Okay. Redstone und drei Kabel. Das haben wir alles. Das passt. Dann können wir uns sogar schon eine Badbox machen. Ich werde jetzt vorerst mal den Generator hier hinstellen. Und ich würde fast sagen, äh, wir fangen hier mal mit den technischen Geräten an. Ein Generator. So, und dann möchte ich quasi das Stromkabel, äh, hier unten verlegen. Muss man hier nur drei, äh, Dinge aufheben? Nein. So. Ja, ich sag's ja, drei aufheben und da fängt's schon wieder an. Wir haben zu wenig Kabel. Ja, dann, dann muss ich hier wirklich, äh, noch ein bisschen verschwenderisch sein. Und, äh, ja, ich könnte jetzt schon die, ähm, die, äh, sagt's mir, die Kabel, die unterirdisch verlegt sind, unisoliert machen. Möchte ich aber irgendwie nicht. Ich möchte meine Kabel schön isoliert haben. Ähm, oh, wir können jetzt dann ganz viel Staub herstellen. Sehe ich mal gerade so. Die können wir auch mal wieder reinschmeißen. So, Kupfer haben wir noch genug für Kabel. Ähm, genau. Nur, ich brauche jetzt dann noch ein bisschen, äh, komm, brenn mal die zwei noch durch. Brauche noch ein bisschen Gummi. Ich darf jetzt dann echt mal unsere Gummibäume anpflanzen, dass ich hier so eine kleine Gummibaumfarm bekomme. So, komm schon. Gleich mal weitermachen, äh, noch eine Kohle nachlegen, beziehungsweise eine hätte gereicht. So, äh, Batterie. Äh, drei. Jeweils drei. Und hier genauso. So. Drei Batterien. Und dann brauchten wir hier Holz. Hatten wir da nicht noch, äh, das, äh, die Wodenplanks hier. Äh, lasst mal kurz das Rezept nochmal sehen von der Badbox. Oh Gott, ich brauche noch ein Kabel. Äh, dankeschön. So, schmeiß mal raus das Ding. Äh, eins, zwei, drei. Und, äh, es war ja klar. Ich brauche dafür sechs Gummi. Sechs Gummis. Hm. Die wohlwürde beim Thema Nahkampfsocken wären. Komm, mach fertig. So, rausnehmen. Denn ich möchte hier nicht zu viel verschwenden, ne? Äh, eins, zwei, drei. Kabel. So, äh, Badbox. Kabel, äh, und Holz. Okay. So, äh, Äh, ein Kabel. Drei Batterien und, äh, um das Ganze Holz. Ich hoffe, das war jetzt richtig so. Yay, eine Badbox. Das nächste Teil. So, und es ist so, bei der Badbox, die Badbox hat nur einen Ausgang, aber dafür ein paar Eingänge. Und deshalb würde ich gerne die Badbox, äh, so ein bisschen unterirdisch machen. Das heißt eigentlich, ich könnte das Kabel hier wegnehmen. Dankeschön. Und könnte eigentlich, äh, ne, Moment, ich muss ja noch eins tiefer. Kabel, 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 Kabel. Da haben wir noch ein paar. So, eins hier, eins hier, eins hier und eins hier. Ne, Moment mal. Äh, die Badbox, die Badbox würde ich gerne mal gucken. Ähm, so, hier einmal die Badbox drauf. Und den Ausgang würde ich gerne, eigentlich könnte ich die noch tiefer machen, aber dann, dann habe ich keine Kontrolle mehr drüber. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Äh, Ausgang wäre im Prinzip hier. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Äh, kann ich die so abbauen? Ja, oh. So, weg damit. Weg damit. So, und zwar baue ich die Badbox hier dran. Hier dran. Und lege den Ausgang, da brauche ich jetzt aber eine Zange für. Äh, eine Wrench. Und zwar, glaube ich, brauche ich diese hier. Covalence Dust. Äh, ne, ich würde gerne, ach ja, hier, Bronze. In Form eines Ypsilons. Reicht das noch? So. Äh, finde ich jetzt doof? Einmal ein U und hier. Äh, ach, das ist mit Bronze. Das ist Bronze gewesen, oder? Ja, klar. Und wie stellt man Bronze her? in dem mal ein Bronze Dust. Ah ja. Okay, dann muss ich das im Moment noch ein bisschen anders lösen. Okay, ich werde das, äh, erstmal pennen gehen. Ich werde das Ganze, äh, vorab jetzt, äh, ein bisschen anders anschließen und später noch, äh, quasi, umändern. So, äh, mal kurz Tür zu. Tür zu. Ey. Die will mich hier verarschen. Gute Nacht. Gute Nacht, habe ich gesagt. So, einen guten Morgen und hier werde ich auch mal wieder nach zwei Stunden Aufnahme eine kleine Aufnahmepause machen. Ich hoffe, die Parts haben euch somit wieder gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge von Minecraft Tech It. und hier werde ich auch mal wieder